Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Curl Space Program. Ja, in der letzten Folge sind wir ja hier mit dem Minimus Explorer losgeflogen und ihr seht schon, ich habe einen kleinen Maneuvernote hier eingebaut mit 109,5 MS, um eine Landung nach hier unten durchzuführen, um an dem Pol zu landen. Das bedeutet, wir tun nach hier oben mal Vorspulen und schauen dann halt, dass wir hier unten irgendwo schön gemütlich landen können, um einigermaßen gut voranzukommen und dann hier unten Forschung durchzuführen zu können. Danach soll das Ding wieder abheben und zurück nach Körbenfliegen landen. Und der Test wäre vollendet. Als nächstes habe ich schon die Version 22 im Grunde vorbereitet, läuft unter Version 21 noch, weil es minimale Umbauten sind, mit Dockingport und eigenem Gehirn für die Understage, damit die hier rein theoretisch im Ombau bleiben kann und man noch mehrmals den Ombau ändern kann. Bis es so weit wäre, dass man sozusagen... Wohin das hier muss. So, schau mal. Ah, schau dir, das ist... Lol, das sind ein paar Planeten jetzt. Ich glaube, das hier ist Joule, das ist Körben, das kennen wir. Was das ist, weiß ich nicht, aber da sind einige. So, wir haben noch 29 Sekunden bis zum Punkt of Interest. Interest. So, jetzt sollte ich vielleicht starten. Damit wir da durchkommen. Zack. Ändert die Richtung ab, wie Sau. Schaut gut aus, oder? Ja, perfekt. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch die Landing-Aktion vorbereiten. Und dann sollten wir gut oder ready sein für die dementsprechenden Forschungen. Das kann nicht wo werden hier. Das ist hier gleich unser Hitze-Shield, genau. Das ist gut vorbereitet. Im Grunde haben wir jetzt hier ein Docking-Port dran. Das Teil hier unten auch noch dran und hier drunter noch ein Docking-Port dran gebaut. Relativ simple Umbauten, aber sehr effektiv. Das Ding hat nicht auch viele, viele Boosts noch frei, rein theoretisch. Und wenn wir hier angucken, das zahlt 1 U 31. Und du hast 20. Okay, das geht aber beides voll gut. So, und jetzt werden wir vorspulen zum wichtigen Punkt, und zwar, wo wir hier runter-burnen anfangen. Kann ich rein theoretische Manöver hinzufügen? Hier nochmal ein bisschen rüber gehen und dann nochmal ein bisschen zurückziehen. Anpassen. Zack. Okay. Wir schauen, dass wir so lang wie möglich mit dem Booster fliegen können. Booster K1 heißt... Okay. So. Antennen sind aber alle ausgefahren, oder? Ja, sind... Wir aktivieren mal hier das Licht, weil es wird nicht so hell sein, da wo wir landen. Von daher sollte ein bisschen Licht erlaubt sein. Hab ich denn irgendwo ein Werkzeug mitgenommen? Nö, hab ich natürlich nicht. Warum auch? Ist ja auch vollkommen unnötig. Nächstes Mal sollte man ein Ding noch ein bisschen Forschung mitnehmen, irgendwie verbaut. Hier links, rechts oder so aus unten, wo man einfach hinkommt. Das wäre vielleicht noch eine Idee für die nächste Flugversion, die fliegen soll. Aber wie gesagt, lassen Sie jetzt erstmal Richtung Pol fliegen. Können wir schon mal die normale Höhe hier einleiten. Wir sind bei 8000 Metern. 8 Kilometern, 8 mal 5 Kilometern, um genauso zu sein. Schaut bis jetzt alles ganz, ganz gut aus. Und wir adjustieren uns auch noch gut. Wir haben auch noch genug Sonne da, um alle möglichen Experimente durchzuführen, wenn es sein muss. Bob und Firmas sind ready, um die Mission durchzuführen. Bei 3000 Metern würde ich sagen, tun wir dann die Stage wechseln. Schauen wir mal, wie wir da runterkommen. Jetzt. Wir drehen das Ding einfach voll runter. Vorsichtig. Vorsichtig. Okay. Jetzt heißt es abstopfen. Okay, wir verlieren langsam wieder in Höhe, sind unter 2000 und nähern uns dem Pol. Alter, es schaut so weh aus. Es bleibt einfach in der Luft. Man schwebt so einfach gefühlt, wenn man halt mit 9 Metern pro Sekunde fällt. Das ist die G-Kraft auf Körbin. Das ist um einiges mehr sonst immer. Was war das noch für ein Button? Ach, guck mal. Ah, da könntest du... Oh! Die Landbüchse hat doch was mit. Reparatur-Kits und ähm ein bisschen was anderes. Perfekt. Gut zu wissen. Wir fallen weiter. 2000 Meter noch. Schauen wir, wie lange ich noch vorspulen kann, ohne dass ich mir die Hand breche. So, jetzt würde ich langsam einen Bremsschub einleiten. Nehmt zwar nicht die höchste Geschwindigkeit drauf, aber trotzdem 30 Meter pro Sekunde, beziehungsweise fast 40 Meter pro Sekunde sind doch zwischendurch eine ordentliche Geschwindigkeit. Wer jetzt auch sieht, wie schnell er fällt, sagt es einiges aus. Wir richten uns jetzt auch gegen die Oberfläche aus. Bei 200... Ups, da sieht er... Oh! Der kommt auf unsere Höhe wieder. Hallöchen! Na, machst du doch einen kurzen Ausflug. Der macht echt nochmal Ausflug. Der geht nochmal auf 1000 Meter hoch. Ganz vorsichtig, versuchen weiter zu fallen. Alter, ist der Poli hier steinig. Finden wir dann hier wenigstens irgendetwas zum Forschen. Der schaut mir forschenbar aus, aber das ist schwer zu sagen. Und Touchdown. Und Touchdown. Wir bestätigen, dass der Minimus Explorer offiziell gelandet ist. weiter ausfahren. Welcome to Minimus, meine Freunde. Jetzt können wir noch mal Wissenschaftspunkte ohne Ende sammeln rein theoretisch. Atmosphäre hatte keine hier. Atmosphäre hatte keine hier. Das geht noch... Das geht nicht mehr. Ich hatte einfach trotzdem alles, weil... Hey! Dann machen wir ein EVA mit ihm hier. Machen aber trotzdem hier mal einen Wechsel, ich hoffe, dass es funktioniert. Ich kann die ganzen Wissenschaftssachen wahrscheinlich nicht mitnehmen, ne? Doch, geht. Geil. Wir können dann nochmal im Orbit schnell eine Wissenschaftsprobe durchführen, hoffentlich. So. Klett dann erstmal hier runter. Ganz vorsichtig. Loslassen. Wir bestätigen, Bob ist offiziell auf... Leggy, leg, leg, leggy, leg, leg. Wir bestätigen offiziell, dass wir auf Minimus gelandet sind, meine Freunde. Minimus Landung erfolgreich. Minimus Landung erfolgreich und einwandfrei in der Oberfläche. Minimus Landung erfolgreich und einwandfrei in der Oberfläche. Wir vermitteln, dass wir hier noch mal in der Oberfläche in der Oberfläche sind. Wir waren hier aber angeblich um eine Nacht in mir. Flagge aufstellen, da steht hinten in der 1. um aber es ist nicht gut wo ich jetzt hier ist nicht nur immer nicht falsch und mögliche viel können das gemacht Das war nicht der Plan Wissenschaft muss sein Die Ladung Die habe ich auch noch nie verwendet, wirklich Lustigerweise Die würde einiges um vieles einfacher machen Und wenn diese Bugs hier nicht werden Wäre es auch noch um einiges einfacher Warum schwebe ich jedes Mal über Minus Ich liebe Minus, aber das ist nervig So, okay, jetzt hat aber Ich würde hier gerne IWA-Forschung durchführen Damit können wir wenigstens ein bisschen Forschung machen Oh, da ist gerade das Tripli gelandet Und poff Wie viel kriegen wir dafür? Wie viel kriegen wir dafür? Auf Wiedersehen, Ball Nichts Das finde ich ja schon mal grandios Ich habe gehofft, da gibt es wenigstens die verpungene Mann Aber ja, was willst du sagen? Dann gehen wir in den Orbit und versuchen da mal ein Experiment noch durchzuführen Lustigerweise ist auch noch keins der Dings verschwunden Aber die Länderkern hat funktioniert Sie ist im einwandfreien Zustand Und sie ist auch noch wirklich im echt perfekten Zustand Wenn man so sagen will Jetzt boarden wir Dann gehen wir gleich in den Norden Einfach in den Flugbahn Und dann ist der Test im Grunde ja gut gelaufen Kann man sagen Wir sind eindeutig in der passenden Position Und das Schiff hebt ab An dem Fall in eine andere Richtung Wir wollten in Richtung Norden Norden, Norden, Norden Norden, Norden, Norden Jetzt versuchen wir so schnell wie es geht in den Orbit zu kommen Mit was für einer Geschwindigkeit wir abziehen 160 Meter pro Sekunde über der Oberfläche Da ist Körbin, schön zu sehen Es war ein kurzer, aber schöner Trip Schauen wir uns nochmal an, was für Infos wir hier haben Über Minimus Haben wir einen Terrain-Scan zum Beispiel Kartentyp Biome Ich hätte echt gedacht, dass ich Oder war ich noch zu weit oben Kann ich mir gar nicht vorstellen Wenn man jetzt wüsste, wo man davor war Ist das gut Pol Biumpol, Wasser Biumpol, Null Ich kann mich nicht erinnern, dass ich am Pol schon mal war Aber okay, ja Dann waren wir da scheinbar schon Alter, schaut euch die Hügel an Oder war nicht wirklich am Pol Das kann natürlich sein, dass das der Pol ist Oh, scheiße Ja, dann fliegt nochmal eine Mission Und dann sehen wir uns sozusagen bei der Mission Da wäre jetzt irgendwie cool Ich will jetzt auch nicht riskieren, dass wir ohne Ding zurückkommen Wir werden jetzt in den Orbit begeben Dort Wissenschaft machen Und dann von dort aus weitergehen Nochmal mehr Wissenschaft machen Auf den Flug zurück zu Körbin Und dann an Körbin nochmal Und dann nach der Landung werden wir nochmal eine Wissenschaft durchführen Aber ja Leute Das machen wir in der nächsten Folge Ich habe euch gefallen Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da Abonniert, wenn ihr noch nicht habt Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Also, bis dann Ciao Ohhhh Everything changes